Musik Hey Leute und willkommen zu dem kleinen aber feinen endlich mal wieder Dokkan Battle Opening Wie ihr seht wir sind immer auf meinem typischen japanischen Account Den ich versuche seit Monaten zu spielen und immer noch Level 23 bin GG Rabbit, GG Aber erstmal bevor wir zum kleinen aber feinen Opening kommen Dankeschön an meinen Ultra Instinct Kanal Mitglied Scha Bruder und an Bärhasen Blue Mitglieder Dominik, André, Naro, Black, Michi und Topo Vielen Dank ihr und ihr Und viele viele weitere kleine Kanal Mitglieder ermöglichen das Ganze hier überhaupt erst Großes Danke Bruder Faust geht raus Und natürlich auch an alle kostenlosen Abonnenten Dankeschön Leute wer mehr sehen will von zum Beispiel diesem schönen Super Saiyan 4 Vegito Weil der kommt nämlich aus Super Dragon Ball Heroes Dann schaut gerne auch mal rein bei meinem Rapids Openings Kanal Da haben wir vor kurzem nämlich erst ein komplettes Display von Super Dragon Ball Heroes geöffnet Unter anderem mit Super Saiyan 4 Vegito Lohnt sich also da rein zu gucken Weil ich ihn gerade sehe hier bei mir Und natürlich auch haben wir jetzt derzeit Ich glaube gestern oder heute auch noch Ein Dragon Ball Super Card Game Opening bei Rapids Openings Schaut da unbedingt rein Wenn ihr mehr Openings sehen wollt Und auch richtig geile Sammelkarten Ich dachte mir heute Komm, ihr habt schon so lange nichts mehr aufgemacht Und der ist eh free to play der Account Wir versuchen mal den neuen kleinen GT Super Saiyan Goku zu ziehen Der im Hintergrund übrigens mehr cool aussieht Weil der Super Saiyan 4 da hinten ist Der Super Saiyan 3 und der normale GT Son Goku Finde ich ziemlich geil Auch bei seinem Angriff sieht man das Ganze nämlich Und wir haben abspielen Erstmal cool animiert Dokkan Battle ist noch immer richtig geil Obwohl er schon 6 Jahre alt ist Auch hier war er hinten kurz zu sehen Super Saiyan 4 Finde ich richtig cool Und wir werden auch hier natürlich versuchen Unseren guten alten Lederhosen Vegito zu ziehen Für meine Freundin Black Soldier Anna Auch bei ihm sieht man im Hintergrund Den Super Saiyan 4 Und auch den normalen Also mit den kurzen Haaren Leider ohne Schnauzbart Finde ich ein bisschen uncool Und auch hinten sieht man den goldenen Wehraffen Auch bei ihm kann man sich natürlich die Attacke ansehen Wären auch ziemlich nice Weil ihm auch da im Hintergrund Super Saiyan 4 zu sehen ist BAM Nice Ja fühle ich Ich finde die Charakter sehr cool Ich hätte sie gerne Und in den Bannern sind auch geile LRs Wie hier Kogeta zum Beispiel Und Super Saiyan 4 Und hier oben LRs Wir gucken mal kurz rein noch Haben wir hier Vegito Und Super Saiyan 4 Son Goku Also auch X Also auch richtig geile LRs Wir werden aber nur ein kleines Open heute machen Ich wollte mal wieder zurück rein Ein bisschen Docker Battle Vielleicht wieder den Anschluss finden Den Anreiz finden Weiter zu zocken Weil ich habe halt richtig geile Charaktere Vor allem auf meinem japanischen Account Und ja japanisch und global sind getrennt Aber wir werden jetzt hier einmal ziehen Ja Und hier einmal ziehen Und gucken ob wir mit nur 100 Stones Eine LR ziehen können Oder einen neuen Charakter Ich würde sagen wir beginnen Mit dem kleinen Son Goku Aus dem GT Universum Leute ich brauche all eure Genkidama Power Nicht nur von den Kanalmitgliedern und Abonnenten Sehr sehr langes Kamen und H Kann eine LR werden Es ist ein Goku Es ist ein LR Goku oder Spiel nicht jetzt Es ist Nein Es ist Dokkan Battle Ah Ich dachte kurz war LR Ich habe den schon mal gesehen Nämlich Ok Dokkan Exklusiv Charakter Goku ist schon mal sehr 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 geil Wir haben hier am Ende Also der 10. Pool Ist dann nochmal eine garantierte SSR Der Anfang Mega gut Immer natürlich Meinungen Zu den Pools Gerne in die Kommentare Also der Beginn War schon mal der Oberhammer Mal ehrlich Leute Der Beginn war der Oberhammer Ein Fake Out Wäre auch mal ziemlich cool wieder Ok wir ziehen 3 mal den gleichen Goku Danke dafür auf jeden Fall 4 mal 4 mal Wer kann das übertreffen 4 mal der gleiche Goku In nur einem Pool Wer kann das denn bitte übertreffen Dann haben wir noch einen Ginyu Ich hasse die Ginyu Force Und Uh Super Saiyajin Blue Nehme ich noch mit Nicht so geil Aber der Goku auf jeden Fall War ein richtig richtig geiler Pull am Anfang Der ist richtig richtig nice Den gucken wir uns nochmal an Wenn ich mich richtig erinnere Jo Jo Das ist er Der Goku ist richtig gut Mit Verwandlungen Die ganze Reihe Wie ihr sehen könnt Vom Super Saiyajin Zum Super Saiyajin Zwei Drei Gott Und Blue Das ist ein richtig richtig guter Son Goku Der ist richtig richtig nice Sofort sperren Das war ein Mega Pull Leute Zwar nicht Der neue Goku aus GT Keine LR Aber ein Richtig starker Son Goku Auch der Mein Japan Account Wieder weiter bufft Auch wenn es wie gesagt Nicht Das ist was wir umblick wollten Es ist ein richtig geiler Charakter Für 50 Stones Free to play Wie immer Bin ich schon komplett zufrieden Alter Wenn wir jetzt noch was geiles aus dem Vegeta Banner rausziehen Dann kriege ich die Tür nicht zu Leute nochmal All eure Genki Dama Power Auch in Dokkan Battle Lasst sie rüber schicken Ich nehme sie auf Gib sie Goku Und wir ballern Rein Leute ich habe schon so lange Nicht mal Dokkan Battle gespielt Aber ich logge mich Natürlich Kamera Ich logge mich natürlich Täglich ein Kamera Hallo Okay Kamera will nicht Ist das ein gutes Zeichen Super Saiyajin Wir schießen los Das sind zwei Bilder nur Das sieht schlecht aus Kamera bitte 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 Kamera Mach mir keinen Scheiß Man Kamera Denkt Ich bin zu scharf Fürs Internet Kann ich verstehen Aber es Nervt halt richtig hart Jetzt Okay Ciao Mit nur einem Herr am Kopf Ihr wisst Bescheid Kann Vegeta Banner Banner uns auch noch was gönnen Oder nicht Aber ich kann euch eines sagen Beim Rapids Openings Kanal Da habe ich ordentlich Glück Trunks Komm schon Vegeta für Diana Immerhin einer Diana ich habe es versucht Immerhin ein Vegeta Schon mal für dich Ich habe es versucht Zaroban Vegeta 2 Vegeta für Diana Das ist Liebe Drei Vegeta Für Diana Drei Vegeta Für Diana Gezogen Schon Zamasu Für mich Nehme ich auch gerne mit Majin Und noch Vegeta Lul Hey ist das nicht Auch der Verwandelbare Ne oder Ich muss gucken Habe ich gerade Vier Vegeta Für meine Freundin Diana gezogen WCF Bester Freund Auf Ehren Ne es ist der Gott Direkt Ui Auch sexy Ey wir haben echt Nicht schlecht gezogen Wir haben zwar jetzt leider Nicht den neuen Vegeta gezogen Und nicht den neuen Goku Aber dafür immerhin Einen sehr guten Goku Und einen Nicen Vegeta Also hey Besser geht es doch nicht Aus dem Goku Banner Und aus dem Vegeta Banner Mach das erstmal nach Leider keine LR Für 100 Stones Leider nicht Die neuen Charaktere Trotz dessen Bin ich Komplett Zufrieden Leute Vor allem Ich habe auch schon So geile Charaktere Ich kann es mal ganz kurz zeigen Wenn ich mich dann noch auskenne Wir haben hier Ein ordentliches Geiles Super Dragon Ball Heroes Böses Team Wir haben hier sehr viele LRs rumliegen Wie auch zum Beispiel Gogeta Hier müsste LR sein Jo genau Gogeta LR liegt hier rum Vegito LR Müsste auch sein Jo Wie ihr seht Ich habe da sehr viele LRs rumliegen Schon Beerus ist auch eine LR Auf jeden Fall Jo Also seht schon Der Account läuft auf jeden Fall Hier haben wir noch eine LR rumliegen Ihr seht es hier rechts oben Es ist schon Es ist schon ein kranker Account Hier die nächste LR Kalifler Bin ich gerade nicht sicher Jo war natürlich auch eine LR Ihr seht schon Leute Wie gesagt Also an LR Charakteren Mangelt es mir hier überhaupt nicht Ey den Account Und ey den muss ich unbedingt spielen Leute Wir haben noch schöne Kevlar gezogen Sexy Leute Richtig 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 sexy Bei dem weiß ich es gar nicht Bei Brody Ne die waren keine LRs genau Wgeta glaube ich auch nicht Doch Wgeta Super Saiyan 4 ist auch noch eine LR Aber ich fühle das Das Team bin ja geil Weil es eben Super Dragon Ball Heroes ist Ihr wisst wie gerne ich Tova mag Und so weiter Der Bura auch richtig geil Hier in der bösen Variante Und eben wie gesagt Super Saiyan 4 Vegito Und Super Saiyan 4 Brody Es ist schon Es ist schon geil Leute Und mit den Charakteren Ey ganz ehrlich Mit denen muss ich einfach spielen Ich muss die hochleveln Ey ich muss da endlich mal ein Video machen Ich muss da endlich mal dazukommen Oder noch besser Endlich mal Eine Mini Twitch Stream Mit ein bisschen Hilfe von euch Mit Team bauen und so weiter Ich denke aus diesem Account Kann man ordentlich was machen Der hat extrem Potential Ich muss das endlich mal hinkriegen Ich sag das jedes Mal Ich schäme mich schon ein bisschen Sorry Leute Sorry Bruder Sorry Ich muss den Account endlich spielen Leute Man Daumen nach oben Wer das endlich auch sehen will Und natürlich Wer mehr Openings sehen will Gerne abonnieren Und wenn du die letzten sehen willst Auch natürlich gerne jetzt Auf die Playlist Auf der Endcard drücken Ich habe schon sehr viel Dockan Battle Openings gemacht Auch viel gezockt Auf einem Hauptglobal Account Und natürlich auch Habe ich schon sehr viel Dragon Ball Legends Opening gemacht Und so weiter und so weiter Ihr wisst Bescheid Guckt es euch jetzt gerne an Abonniert Um Teil der Community zu werden Danke für eure Genkidama Power Es war trotzdem ein sehr cooles Opening Für nur 100 Stones Hau da rein Bis zum nächsten Mal Und ciao